Hi Leute, in dem Video geht es um die Wahrnehmung, darum wie deine Glaubenssätze deine Realität bestimmen. Wie das, was du denkst, deine Gefühle und dein Glück bestimmen. Und zwar ist es immer nur deine Einstellung, die du von den Dingen hast, die ausschlaggebend dafür ist, ob es dir gut geht oder nicht. Und zum Beispiel habe ich neulich ein Video gesehen von so einem Yogi, und da erzählt er so, wenn du von äußeren Umständen abhängig bist, dein Körper, bist du ein Sklave, oder früher wie Sklaven. Aber viel schlimmer ist, wenn dein Denken von anderen Leuten bestimmt wird, wenn die Umstände bestimmen, wie es dir geht. Dann bist du ein super Sklave, hat er immer gesagt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und er sagt was, und mir geht es dadurch schlecht, dann ist es nur beruhend auf meiner Einstellung, so auf meiner Wahrnehmung, dass mich das beeinflusst. Und, also um das mal genauer zu erklären. Wenn jetzt, ja, man sieht ja zum Beispiel, ich habe einen Fußballspieler oder irgendeinen superreichen Menschen, der hat Frau, Kinder, hat alles, was man sich erträumen kann, aber begeht Selbstmord oder hat Depressionen, sieht man oft genug. Und ein anderer, so, ist durch alle möglichen Dinge durchgegangen. Die Frau ist gestorben, der Job wird gekündigt und trotzdem hat er noch, ja, ein Lächeln auf den Lippen und nimmt die Dinge an, so, weil er seine Einstellung nicht abhängig macht von den äußeren Dingen. Die äußeren Dinge sind immer veränderbar. Ja, eher in dem Buch The Four Agreements, also die vier Regeln, ich weiß nicht, wie man es jetzt genau übersetzen mag, Richtlinien oder was auch immer, Lebensprinzipien, nach denen man eben leben sollte. Und in dem Buch stand einfach drin, so als dritter Punkt, Don't make assumptions, also keine Annahmen machen, keine Vermutungen. Und, ja, das ist es eben. Man macht so oft Vermutungen. Und man baut sich da immer eigene Gedankenwelten auf. Also, zum Beispiel läuft jemand, läuft man in einer Gruppe vorbei, so, die lachen. Und dann überlegt man sofort, so lachen die wegen mir. Oder, ja, lachen die über mich. Und all solche negativen Gedanken und Glaubenssätze, so. Das macht es ja jetzt nicht wahr. Das ist nur eine Vermutung. Und wenn man sich mal bewusst wird, zum Beispiel, und aufhört, Annahmen zu machen, wirklich keine Annahmen mehr macht, dann macht es so frei, so. Zum Beispiel auch, wenn du, was weiß ich, du triffst dich mit jemandem und der ist schlecht drauf und du denkst erst mal so, boah, ist der jetzt schlecht drauf wegen mir? Und du weißt es aber nicht. Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag. Genauso, wenn dir irgendjemand einen doofen Spruch reindrückt. Vielleicht hat er gerade nur einen schlechten Tag. Und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Sondern, was weiß ich, Frau hat ihn früh schon angemeckert und dann kommt er halt auf die Arbeit hin, bist der Erste, den er sieht und dann hat er schon keinen Bock gehabt. Ja. Deswegen drückt er dir vielleicht einen doofen Spruch. Und keine Annahmen zu machen, ist eine wirklich goldene Regel so, die man sich mal merken kann. Und wenn man wirklich bewusst ist und sich beim Achtsamen, auch beim Denken immer beobachtet, das geht eben nur, wenn man achtsam ist und wirklich schaut so, was denke ich gerade, was denkt es in mir? Dann muss man eben Sachen nochmal neu durchdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich erwische so, ey, haben die jetzt über mich gelacht oder haben die gerade das gedacht oder war der jetzt sauer, weil das und das. Und wenn ich mir dann bewusst bin, ey, jetzt gerade mache ich doch wieder nur eine Annahme. Entweder frage ich ihn oder ich denke nicht mehr darüber nach. Aber was bringt sich Sorgen zu machen? Sich Sorgen machen ist eine doofe Angewohnheit. Es ist einfach nur eine dumme Angewohnheit, sich Sorgen zu machen. Über Dinge, die vielleicht gar nicht eintreten. Entweder man tut das, man kümmert sich um die Dinge, aber sich Sorgen zu machen bringt es nicht. Entweder man macht halt das, was man ändern kann, aber ansonsten kann man die Situation einfach nur so annehmen. Es bringt immer nur Leid, eine Situation nicht anzunehmen, die man nicht verändert. Und ich habe zum Beispiel jetzt dann, was das Thema eben Wahrnehmung betrifft, so, und eigene Glaubenssätze. Es bestimmt immer nur, wie du was wahrnimmst. Für den einen ist es Horror, den ganzen Abend in der Oper zu sitzen. Für den anderen ist es Glückseligkeit, so, ey, ich kann mir die Oper da anschauen. Für den anderen ist es geil, sich in ein Fußballspiel zu setzen. Und ja, es ist wirklich nur immer abhängig von der Einstellung, die man hat. Und ob man die Situation akzeptiert. Und interessant waren die zum Beispiel das Bild. Da habe ich neulich so ein Spruchbild gesehen. Da stand drauf, dass Edison, also der Erfinder, dem hat seine Mutter damals einen Brief vorgelesen. Er hat gesagt, er hat einen Brief von der Schule bekommen und da stand drin, dass sie ihn aus der Schule nehmen sollte, weil er eben hochbegabt ist und sie können ihn da nicht richtig fördern. Ja, und ihm da nicht die richtigen Mittel bieten. Und ja, später wurde Edison eben Erfinder und er hat so viel hervorgebracht. Und in dem Brief stand aber eigentlich drinnen, stand dann in dem Bild, auf dem Bild, dass er zu geringen IQ hat oder praktisch als geistig behindert angesehen wurde von der Schule und dass sie ihn bitte vor der Schule nehmen sollte, weil es einfach keinen Sinn hat. Und daran sieht man jetzt mal die Einstellung, die Edison jetzt vielleicht von seiner Mutter dann bekommen hat, so, weil sie an ihn geglaubt hat, so. Und deswegen ist er dann doch zu diesen Erfindungen gekommen. Weil sie dachte, hey, sie hat ihm die Einstellung gegeben, das Gefühl, er ist nicht, ja, niedrig entwickelt oder geistig behindert, sondern er ist hochbegabt. Und allein dadurch, dass er dachte, hey, ja, ich bin hochbegabt und Ding, und ist er später eben Erfinder geworden und hat es zu so viel gebracht. Aber das Ganze ist, wenn man sich jetzt mal das weiterspinkt, trotzdem nicht abhängig von dem, was die Mutter ihm gesagt hat, sondern, ja, hätte ihm auch jetzt die Mutter gesagt, dass er doof ist, aber wenn er selber die Einstellung gehabt hätte und gewusst hätte, dass er, zu was er es bringen kann, dann wäre das völlig egal, was irgendjemand im Äußeren ihm sagt oder von ihm hält. Er hätte es dann trotzdem dazu gebraucht. Und deswegen, er glaubt, man muss viel mehr an sich selbst glauben und sich selbst seine Gedankensätze und seine Glaubenssätze, die man hat, bewusst machen und man muss die wirklich logisch nach Wahrhaftigkeit hinterfragen, so. Nur weil alle sagen, dass es nicht geht, muss das nicht so sein, so. Wie jedem auch dieser Spruch, so. Alle haben gesagt, es geht nicht, da kam einer, der wusste es nicht und hat es gemacht. Es kommt nur auf die Einstellung darauf an. Und wir begrenzen uns oft so viel durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Wahrnehmung, was wir für wahr halten, nur weil jeder andere sagt, hey, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, sich von Krebs zu heilen. das ist eine unheilbare Krankheit. Allein mit dir ist eine Diagnose oder sie werden in drei Monaten sterben. Damit setzt man schon den Glauben und diese Überzeugung, dass es so sein wird. Wenn eben ein Arzt zu seinem Patienten sagt, nee, in drei Monaten werden sie sterben und der Patient glaubt halt normalerweise dem Arzt. Und solche Diagnosen, das ist einfach, ja, sowas Unverantwortliches eigentlich. Aber wenn man eben gefestigt ist und selbst weiß, was man kann, was man nicht kann und sich selbst seine Wahrnehmung bildet und auch sehen kann, dass manchmal auch alle falsch liegen können, ja, jahrzehntelang war Versklaven normal, Frauenrechte und all solche Dinge waren noch ganz anders und völlig normal in der Gesellschaft akzeptiert. und trotzdem ist es vielleicht nicht richtig und nur weil es alle machen, ja, heißt es heutzutage sowieso gar nichts. Heutzutage ist es meist eher das Gegenteil der Fall. und deshalb, ja, bildet euch eure eigene Überzeugung und seid da gefestigt, lasst euch nicht so leicht verwirren und ja, eure Überzeugung, eure Realität, eure Wahrnehmung ist das, was bestimmt, wie ihr die Welt wahrnimmt, wie man durch die Welt geht, ob man positiv denkt, ja, und eine Situation akzeptiert, verändert oder verlässt, das sind eben eigentlich immer nur die Optionen. Und wenn man in einer Situation verweilt, dann sollte man sie immer akzeptieren, auch wenn einem jetzt so die Arbeit nicht mehr so gefällt und man macht sie trotzdem und sollte man sie akzeptieren, die Zeit noch genießen, die man da ist und das Beste draus machen. Ansonsten ist es völlig verschwendete Zeit, so. Das ist vergeudetes Leben, das ist kein Leben, das ist, ja, drum, lebt und akzeptiert die Dinge, so wie sie sind und ändert eure Einstellung. Nur eure innere Einstellung bestimmt, wie ihr die Welt seht. Das ist wie in einem Radiosender. Ihr könnt die Frequenz einstellen und ihr könnt einstellen, was ihr wahrnehmt. Ihr könnt bestimmen, durch was für eine Brille ihr die Welt seht. Also, ja, wie eben beim Radio so, der eine hört lieber Klassik so, der eine schwingt sich auf eine niedrige Frequenz ein und hört einfach nur irgendwelche negativen Sachen und ständig alles schlecht und sieht alles negativ und wenn man selbst von innen raus seine Frequenz erhöht, wie in einem Radiocenter, dann ist plötzlich ein ganz anderes Programm angesagt und man fühlt sich gut und das hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Also werdet nicht als Sklave von den äußeren Umständen ja, genau. Erlebt euer Leben und eure Einstellung und handelt aus eurer Überzeugung heraus nicht, weil es euch jemand sagt. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.